Wie bildet sich Boden? Dieser Film soll darüber Aufschluss geben. Gleich zu Anfang wollen wir aber eins klarstellen. Den Boden gibt es nicht. Es gibt vielmehr unzählige verschiedene Böden auf der Erde. Welche Eigenschaften ein Boden ausbildet, hängt an vielen Faktoren, die regional stark unterschiedlich ausgeprägt sein können. Wie kann der Boden so vielfältige Funktionen erfüllen? Nun, das Geheimnis liegt in den vielfältigen Bodenbestandteilen und im Aufbau des Bodens in übereinanderliegenden Schichten. Jede Bodenbildung beginnt allerdings in gleicher Weise. Mit der sogenannten Verwitterung eines Ausgangsgesteins. Es gibt physikalische und chemische Prozesse der Verwitterung, die durch den biogenen Einfluss von Lebewesen noch verstärkt werden. Wir haben es schon kurz erwähnt. Unter Verwitterung versteht man die Umwandlung oder Zerstörung von Mineralen und Gesteinen an der Erdoberfläche unter klimatischem Einfluss. Auf diesem Ausgangsmaterial entstand dann ganz langsam der Boden, wie wir ihn heute kennen. Und so lief das ungefähr ab. Der ständige Wechsel von Hitze und Kälte, von Regen und Frost sprengte zunächst die massiven Felsen in immer kleinere Steinbrocken. Mit dem Transport über Bäche, Seen und Flüsse gelangt die ganze Erosionsfracht irgendwann ins Meer. Verwitterung und Erosion machen ganze Gebirge dem Erdboden gleich. Die kleinen Kiesel und Körnchen, die es bis hierher geschafft haben, nennen wir Sediment.